Hallo, Leo. Hallo, Max. Hey, Freunde. Lass uns Verstecken spielen. Gute Idee. Wir verstecken uns und du musst uns suchen. Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Ich verstecke mich hinter einem Busch. Der hier ist zu klein. Dieser ist groß genug. Wo könnte ich mich verstecken? Ha, ich kletter auf den Berg. Gleich habe ich es. Oh, wie hoch. Jetzt verstecke ich mich. Vielleicht hier? Aber so sieht man mich. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh. Oh. Oh je. Acht. Neun. Zehn. Ich komme. Vielleicht hat sich hier jemand versteckt. Nein. Hier ist auch niemand. Oh. Ich habe einen entdeckt. ein roter Ladekasten. Und eine blaue Kabine. Weißt du, wer das ist? Richtig. Leo. Ich habe dich gefunden. Das ging aber schnell. Und wo hat sich Max versteckt? Los. Suchen wir ihn gemeinsam. Hilfe. Helft mir. Leo. Hast du das auch gehört? Das ist Max. Los. Komm. Max. Halte durch. Ich kann mich nicht mehr lange halten. Wir müssen eine Treppe bauen. Ich hole Bauklötze. Leo. Du musst noch mehr Bauklötze bringen. Okay. 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 Jetzt kannst du runterklettern. Ich versuch's. Die Treppe wackelt viel zu sehr. Ich weiß, was zu tun ist. Leo. Geh und hol Zement. Okay. 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 gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Fertig, jetzt ist die Treppe stabil Ich versuch's nochmal Hopp Vorsichtig Puh, ich hab's geschafft Juhu Danke für eure Hilfe Dazu sind Freunde doch da Max, jetzt bist du mit Suchen dran Okay Eins, zwei, drei Bye Bye